Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Digital Upgrade. Ja, wir haben heute etwas ganz Besonderes für euch, eine Preview würde ich fast schon sagen, bevor es jemand anders halbwegs in die Finger bekommt und zwar, wir zeigen euch heute das niegelnagelneue Microsoft Office 2011 für den Mac. Ja, und zwar, wer hätte es gedacht, es ist ein Office-Paket, es ist das neue Office-Paket von Microsoft und sie haben da viele neue Sachen gemacht, das letzte ist schon drei Jahre alt, 2008 kam das letzte Office-Mac her. Das Besondere an dem neuen Office-Mac 2008, also von technischer Sicht, es ist jetzt ein komplett wirklich ein Coco-Produkt, vorher war das noch Carbon. Es ist ein bisschen flinker geworden, zumindest fühlt sich das Ganze so an und sie haben ein paar Neuerungen gemacht. Ja, eine weiter große Neuigkeit ist, es gibt jetzt zum ersten Mal Outlook auf dem Mac. Vorher hatten wir immer nur das Entourage und es gab so den einen oder anderen Reiwepunkt für viele Leute, die Outlook gewohnt waren. Und deswegen haben sich die Leute bei Microsoft in Redmond gedacht, Mensch, nachdem eh 75% mit Office arbeiten auf dem Mac und jeder Zweite, der sich jetzt heute einen Mac kauft, warum sollten wir dann nicht auch Outlook auf den Mac bringen? Genau, also man muss natürlich ganz ehrlich sagen, Entourage war eigentlich nie was anderes als Outlook. Allerdings muss man sagen, das neue Outlook würde ich jetzt persönlich lieber nutzen, als ich Entourage genutzt habe, weil irgendwie hat sich das nie so richtig angefühlt. Ja, was könnten wir noch dazu sagen? Steigen wir einfach direkt ein? Also ich muss davor direkt sagen, die alten Icons fand ich schöner. Okay. Aber das ist immer so, dass man sich gewöhnt sich dann an irgendwas. Aber das haben wir jedes Mal bei Adobe, bei den Adobe Creative Suites haben wir das auch, dass wir sagen, Mensch, die damals waren die allerschönsten. Ja, so ist es halt. Genau, wenn wir schon von den Icons reden, dann schauen wir sie uns doch gleich mal an. Tino hat sie schon im Dock liegen, dann gehen wir mal ein bisschen größer rein und da ist Word, PowerPoint, Excel und natürlich Outlook. Ich kann sie fast schon anfassen. Oh, ja. Genau, das sind die Dinger und mit was wollen wir denn anfangen? Das sei, gehen wir doch einfach der Reihe nach durch, würde ich sagen. Nachdem es hier schon so schön da liegt, das ist auch übrigens die offizielle Anordnung nach der Erstinstallation. Warum es so ist, weiß keiner, aber es ist auch so auf den ganzen Covers abgebildet, deswegen fangen wir einfach jetzt an. Das Schönste ist, wenn man Excel nicht braucht, kann man da Pao draus machen. Ist das nicht toll? Ja, das stimmt natürlich. Ja. Ich fache einfach mal Word auf. Haben Sie gesehen, wie schnell das gestartet ist? Gut, der Tino hat das schon mal offen, aber wenn man das einmal offen hatte, während man hier gebootet hat, geht das wahnsinnig schnell und da sehen wir es schon. Ja, man hat jetzt hier, ich blende mal meinen Dock aus, nachdem wir hier nur so einen kleinen Bildschirm haben. Was man hier hat, das kennt man, aber man hat hier eine relativ große Auswahl von verschiedenen Vorlagen und im Vergleich zum vorherigen Word sind hier wahnsinnig viele neue Vorlagen dazu gekommen. Also ich kann hier mal kurz durchscrollen. Für jeden Spaß gibt's irgendwas. Man kann natürlich hier an der Seite auch Vorselektionen treffen. Und Sie haben von Pages beispielsweise gelernt, also es gibt wirklich auch schöne Vorlagen. Geh doch mal zum Beispiel auf die Broschüren und Flugblätter. Also es gibt auch, weiter unten, genau. Es gibt auch wirklich grafische Dinger, die sind auch ansprechend. Genau, zum Beispiel, die hätte ich jetzt mal ausgepickt. Mach sie doch mal kurz auf, dass man sich das mal angucken kann. Also da haben Sie tatsächlich Leute gefunden, die so ein bisschen designen können. Ist wirklich schön geworden. Und das möchte man jetzt tatsächlich auch eher mal benutzen als, also ich fand sie früher ein bisschen steril. Ich weiß nicht genau, was jetzt hier verschoben wurde. Das habe ich ja schön gemacht. Das ist ja wahrscheinlich, weil es alles so klein ist. Wir machen mal. Wechsel mal die Ansicht. Also das ist die normale Schreibeansicht, wie man das auch so kennt. Es gibt eine neue Ansicht, die wir vorhin schon gesehen haben. Das ist diese Layout-Ansicht. Die ist meines Wissens komplett neu dazugekommen. Ich wechsle nochmal in die Layout-Ansicht. Jetzt klappt auch der ganze Spaß nicht mehr verschoben. Darf ich das einzige Feature zeigen? Natürlich. Deswegen habe ich das extra für dich jetzt. Also man muss ja dazu sagen, Tino hat das, wir haben das jetzt seit zwei Tagen, glaube ich. Und es kam bei Tino an und wir haben bisher noch nicht groß Zeit, uns da das zuzuschachteln. Das heißt, die meisten Informationen und die meisten wissen darüber, Herr Tino, ich habe nur eine Sache, die ich wahnsinnig toll finde und mit der ich mich auskenne. Und zwar ist das, ich darf es auch anklicken, ja? Ja, natürlich. Und zwar ist das da oben neu anordnen. Und da hat Microsoft endlich mal was gemacht, was wahnsinnig innovativ ist und wo sie allen anderen wahnsinnig voraus sind. Wir kennen das alle. Wir haben irgendeine grafische Anordnung. Da ist ein Stück Schriftart, da ist ein Bild, da ist ein Hintergrund, da ist vielleicht noch mehr. Und jetzt wollen wir, ist so aus irgendeinem Grund zum Beispiel die Schriftart ganz hinten, also das Schriftfeld ganz hinten. Da mussten wir früher immer gucken, dass wir die selektiert haben. Da gehen wir auf Bearbeiten, Anordnen in den Vordergrund oder schrittweise nach vorne. Mussten uns fingerbrechende Tastaturkürzeln anmerken. Und das müssen wir ab sofort nicht mehr, weil Microsoft es geschafft hat, ein unglaublich cooles Feature zu implementieren und zwar neu anordnen. Das drücke ich jetzt und es passiert dieses wunderbare 3D-Ding. Das heißt, ich kann jetzt tatsächlich hingehen und sagen, ich möchte, dass diese Schrift ganz, ganz vorne liegt, weil ich die nachher noch über der Grafik haben will. Dann packe ich sie mir einfach und ziehe sie ganz nach vorne. Ich kann natürlich jetzt auch den Hintergrund ganz nach vorne ziehen. Der ist, wie wir hier sehen, der ist lila, umrahmt. Das heißt, es ist ein Gestaltungsvorlagenobjekt. Das müsste ich jetzt erst entsperren und so weiter. Es macht also Sinn. Das kann ich schon mal nicht bewegen. Es würde ja auch keinen Sinn machen, dass ich das ganz nach vorne mache, sonst sehe ich ja nichts. Ich habe es also praktisch diesen Text ganz nach vorne gezogen. Ich drücke jetzt einfach OK. In dem Fall sehen wir jetzt nicht, dass was passiert. Wir sehen es in dem Moment, wo wir das darüber ziehen über diese Schrift. Jetzt ist es davor und jetzt ordne ich es nochmal zurück. Nimm es mal, also leg es hinter das Bild. Drücke wieder OK. Und jetzt sieht man es plötzlich nicht mehr. Also sieht man die Schrift nicht mehr, weil es dahinter ist. Genau. Man kann jetzt hier das, was der Basti gerade gesagt hat, das kann man natürlich jetzt auch gleich weiter, man kann es quasi erweitern. Wenn ich jetzt hier verschiedene Textfelder habe, kann ich die verschiedenen Textfelder zusammen auswählen, kann sie gleich gruppieren, als Gruppierung mir speichern. Und jetzt, wenn ich es neu anordne, dann sehe ich, es ist jetzt nur noch eine Ebene und so kann ich mir natürlich ganz einfache Vorlagen designen, mit denen ich ruckzuck weiterarbeiten kann. Was noch Neues ist, es ist zum einen, ich finde, die Anordnung, es ist so eine kleine, das ist das, was sie versucht haben bei Microsoft. Sie haben versucht, derjenige, der gewöhnt ist, am Mac zu arbeiten, den weiterhin am Mac arbeiten zu lassen. Also mit diesen gewohnten Bedingungen, dass man nicht für jedes irgendwie hier so was anklicken muss. Und für diejenigen, die es nicht gewöhnt sind, die immer mit Microsoft Office gearbeitet haben, für die haben sie Sachen gebaut, dass sie eben sich sofort zurechtfinden. Also das Neue 2011 sieht von der Aufmachung her aus fast genau wie das 2010er auf Windows. Und was möchte ich mehr als Mac-User als natürlich meine eigenen Medien hinzufügen? Das war früher immer ein bisschen ärgerlich, da musste ich den Browser öffnen oder den Finder. Und heute habe ich hier ganz einfach einen Medienbrowser. Ich klicke jetzt hier drauf, er macht mir hier das Fensterchen auf, kann jetzt hier direkt auf meine Fotos in iPhoto zugreifen. Hätte ich jetzt welche drin? Ich kann jetzt hier natürlich auch meine Fotobuchfotos hinzufügen. Deswegen ist es zum Beispiel ein schönes. Ich kann das jetzt auch hier gleich reinziehen, wie wir das eigentlich gewöhnt sind auf dem Mac und kann jetzt hier, wenn ich das Bild, ich kann das hier wieder zumachen, das verschwindet dann natürlich auch gleich, kann jetzt hier, bin ich jetzt hier direkt in der Bildformatieren, Auswahl. Wenn ich es doppelt angeklickt hätte, hätte er bei mir direkt die Sachen aufgemacht und ich kann jetzt hier automatisch gleich Rahmen hinzufügen, wie ich das möchte und kann die Transparenz ändern. Also es geht alles relativ schnell. Also das, was Sie nur da anspricht, ist das sogenannte Ribbon Interface. Das haben Sie, das haben Sie mit 2010 auf Windows schon eingeführt. Was, wie ich finde auch, was sehr, sehr innovativ ist, dieses Interface passt sich je nachdem kontextsensitiv an. Das heißt, wenn ich jetzt gerade eine Tabelle bearbeite, dann geht er in die Tabellen, in dieses Tabellen Ribbon rein. Wenn ich einen Text, vielen Dank, einen Text bearbeite, dann geht er automatisch zum Beispiel in die Formatierungspalette rein und so weiter und so fort und es passt sich halt auch dementsprechend an. Also wenn ich eine, wir sehen jetzt schon mal links oben, da ist alles ausgekreuht, das macht natürlich keinen Sinn, dass ich jetzt da Schriften auswählen kann, obwohl ich da nur eine Grafik habe. Genau. Vielen Dank, das freut mich sehr. So, ja, was ich Neues, noch großartig Tolles Neues gefunden habe, ist diese Toolbox. Also Toolbox, das kennen wir eigentlich alle. Man kann hier bestimmte Sachen einstellen, das kennen wir eigentlich vom Mac auch aus Pages. Man kann hier die verschiedenen Formatierungssachen einstellen. Was hier aber ganz großartig Neues ist, ist hier diese sogenannte Referenz-Tools. Bei den Referenz-Tools habe ich hier die Möglichkeit nach Fremdwörtern zu suchen oder direkt mir Übersetzungen anzeigen zu lassen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel, manchmal kriege ich einen Brief oder ich möchte einen intelligenten Brief schreiben. Dann habe ich hier ein Wort gelesen, Rezension. Weiß ich nicht, Mensch, was ist denn das? Das habe ich in dem letzten Brief von Microsoft bekommen. Was ist denn das? Ich bin ja nicht so ganz klug. Wenn ich es jetzt noch mit Doppel S schreibe. Ne, auch passt aber Englisch USA aus. Oh, das ist natürlich nicht so klug. Da kannst du unten das Wörterbuch umschalten. Wer jetzt sagt, das gab es ja schon immer. Das ist völlig richtig, das gab es schon immer. Jetzt ist es aber direkt integriert. Nein, es ist auch schon immer integriert. Man kommt jetzt nur viel leichter dran. Jetzt gucken wir, was er tut. Referenz-Tools. Ich habe es leider noch nicht gefunden. Also ich... Gib doch einfach mal einen englischen Begriff da oben. Like... Schlag was vor. Review, um das deutsche Rezension zu benutzen. Ja. Und dann habe ich hier gleich die Auswahl. Ich bekomme hier verschiedene Synonyme angezeigt. Das Ganze funktioniert auf Deutsch. Beim nächsten Mal stelle ich es einfach vorher ein. Kann man machen. Und das Ganze ist natürlich auch hier schön. Ich habe hier auch ein Wörterbuch. Und ich kann natürlich hier mir direkte Übersetzungen anzeigen lassen. Und es gibt natürlich hier auch so bilinguale Wörterbuche. Das finde ich ziemlich praktisch. Ich kann halt wirklich dann sagen, ich möchte jetzt von... Ich gebe oben ein Wort ein und möchte also von Deutsch auf Französisch zum Beispiel übersetzen. Wie gesagt, das gab es früher schon. Das waren einzelne Dinge. Das war alles dann nicht ganz so schön, wie es jetzt sein könnte. Und so ist es echt ganz nett. Genau. Ich habe hier dann nebenbei diesen Strukturbereich, wo ich jetzt hier einfach schnell durch die ganzen Vorlagen durchscrollen kann. Kann mal eines auswählen. Kann dann direkt anfangen zu bearbeiten. Und ich kann natürlich jederzeit immer zum Drucklayout zurück wechseln. Drucklayout? Yes, of course. Alter Schwede. Oder jetzt in die normale Schreibansicht. Wie ich das eben für richtig halte, mit was ich am besten arbeiten kann. Und wenn wir schon Ansichten umschalten. Genau. Ihr habt sicher alle Steve gesehen. Das neue Ding, das man heutzutage hat, ist Vollbildansicht. Was natürlich bei einem Texteditor auch Sinn macht. Kann Pages zum Beispiel auch. Man möchte schreiben und nicht abgelenkt werden. Und deswegen gibt es jetzt hier auch eine Vollbildansicht. Da gehen wir doch mal rein. Und wir sehen schon zum Beispiel die Referenz-Tools, die ich wahrscheinlich deswegen trotzdem bleibe. Brauche bleiben trotzdem sichtbar. Aber ich kann jetzt hier völlig distraction-free, also ohne mich ablenkungsfrei, kann ich halt jetzt an meiner Doktorarbeit, Professor-Doktor-Wölfler-Arbeit weiterschreiben. Meine Arbeit geht natürlich zum Thema Rock'n'Roll und coole Sonnenbrillen. Natürlich. Wieso auch nicht? Ja. Und auf jeden Fall stört mich halt dann sonst nichts mehr. Ich habe trotzdem oben noch meine ganzen Tool-Paletten, die ich brauche. Und kann jetzt Dokumente auch relativ easy lesen. Und... Das stört man das an. Das ist doch... So wie wir das fast schon können. Yeah. Also auf jeden Fall Word gefällt mir persönlich ganz gut. Und jetzt kommt deine Lieblingsansicht. Oh, zwei Seiten. Was gibt es Besseres als zwei Seiten gleichzeitig anschauen zu können? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es sehr durchdacht. Was mir wahnsinnig gut gefällt, das ist, wie man das gewöhnt ist. Es ist ein sehr stabiles, also ich habe bis jetzt noch keine Probleme gehabt, sehr stabil und gut laufende Word-Processing-Software, die eigentlich keine Wünsche offen lässt. Vor allem, man muss sie nicht umgewöhnen. Ja. So viel zu Word, sage ich jetzt mal. Ein paar dieser Features, die ich euch jetzt gezeigt habe, werden wir natürlich auch immer wieder sehen. Das liegt natürlich daran, dass sie sich gedacht haben, Mensch, wenn wir schon die Shows haben, dann zeigen wir doch einfach, dann lassen wir die Features auch in den anderen Anwendungen drin. Deswegen machen wir einfach gleich weiter. PowerPoint. Ihr kennt das wahrscheinlich auch alle. Oftmals verwendet für Schulaufgaben, für Präsentationen in der Firma, für Seminararbeiten, was auch immer. Oder um schlechte Vorträge noch schlechter zu machen. Ja. Und da hat sich Microsoft auch gedacht, Mensch, da haben wir wirklich riesen Nachholbedarf gegenüber Keynote. Keynote kommt mit wahnsinnig vielen Vorlagen zum einen und zum anderen mit wahnsinnig vielen Übergängen und Spezialeffekten und und und. Und mittlerweile ist es so, es gibt tatsächlich gute Übergänge und schöne und auch mit diesen super Features. Die magst du anschauen? Die mag ich anschauen, ja bitte. Gut. Bevor wir dazukommen, das machen wir gleich, möchte ich noch sagen, es gibt auch mittlerweile so Online-Vorlagen. Das sind sozusagen Sachen, wo aktualisierten Sachen vom Microsoft-Server runtergeladen werden. Da gibt es immer mal mehr zu sehen, was man halt immer so braucht. Was können wir brauchen, so einen Kalender? Kommen die umsonst? Ja, ja, die kommen umsonst. Nicht schlecht. Das ist mit dabei. Und ich gehe einfach zurück zu den Designs, welches wolltest du haben? Dieses mit diesen Balken, genau. Genau. Wenn ich jetzt hier auf Ausmelden klicken und dann habe ich hier die erste Seite. Es sieht genauso aus, wie man das kennt. Man kann hier natürlich jetzt neue Folien hinzufügen, man kann es bearbeiten. Ich habe hier gleich die Bilderauswahlmöglichkeit. Ich kann wieder mal meinen Browser aufmachen. Ich kann neue Elemente hinzufügen. Ich kann hier oben vor allem an den Reglern, wenn ich sage, ich brauche eine Tabelle, habe ich hier die Ansicht gleich auch die bunten Seite. Ich bekomme gleich eine Vorstellung für was. Ich kann mir das theoretisch gleich vorstellen. Das Schöne ist, was wir vorhin auch gesehen haben, er hat, wenn man hier ein neues Dokument anlegt und da jetzt eine Vorlage, nein, ich will natürlich die aus einer Vorlage haben. So, wenn wir uns das mal kurz angucken nochmal. Wir sehen hier direkt die Farbpaletten, die er uns anbietet. Ich kann also hier verschiedene Farbpaletten wählen. Ich sage jetzt zum Beispiel, ich möchte lieber diese Farbpalette. dann passt er uns das direkt an. Und diese ganzen, wo hast du die jetzt gefunden vorhin gerade? Bei Tabellen. Wenn wir uns die Tabellen angucken, dann passen die auch in dieses Farbschema rein. Das heißt, es gibt ja immer Farbschemata, die zusammen passen. Also zum Beispiel ein Orange mit einem Blau, einen bestimmten Orange mit einem bestimmten Blauton. Da machen sich Designer viele Gedanken darüber. Und da wurde das konsistent so umgesetzt. Ich habe halt schon Präsentationen gesehen, wo dann irgendwie ein Türkisgrün mit irgendeinem Weinrot kombiniert war und dann war eine gelbe Schrift drauf mit irgendeinem Cyanbalken drunter und mir wäre fast das Kotzen gekommen. Und das passiert einem jetzt hier nicht mehr so leicht, weil einem wahnsinnig unter die Arme gegriffen wird, dass man optisch, visuell etwas Ansprechendes macht, ohne dass man sich jetzt Gedanken machen muss, was passt mit wem zusammen. Weil das haben viele Leute halt um ehrlich zu sein einfach nicht drauf. Richtig. Und man wird auch vor allem, was auch sehr wichtig ist, man wird nicht mit Informationen, wie sagt man, man bekommt nicht unnötige Informationen. Man bekommt immer genau das, was man gerade braucht. Ich möchte jetzt eine Tabelle, da möchte ich keine Informationen übergrößen und was weiß ich, sondern ich wähle die Tabelle einfach aus und jetzt kann ich die Tabelle ruckzuck hinzufügen. Ich wollte eigentlich nochmal kurz zurückgehen, es gibt nämlich hier so im Powerpoint gibt es tatsächlich gleich so ein paar kleine Präsentationen, die schon vorbereitet sind. Die sind eigentlich ganz hübsch gemacht. Damit man so einen kleinen Einstieg hat, was kann man damit machen? Man hat auch hier, wenn man die Maus von links nach rechts bewegt, dieses Scrubbing. Das ist das Wort, das ich mir einfach nicht merken kann. Kann sich schon mal eine kleine Info rausholen, was denn hier so gemütlich ist. Ich finde eine super Eselsbrücke. So, alle unter 16 mal kurz weghören. Du kennst ja sicher Scrubs. Ja. Und der JLD hat ja immer was mit der Barbie und der rutscht dann immer über sie drüber. Und wenn du jetzt mit der Maus da drüber rutschst, dann geht es. Und deswegen wie bei Scrubs, weißt du wie das ist? Vielen Dank, das ist hervorragend. Da wäre ich nie drauf gekommen. Also ich wähle jetzt hier mal dieses vorhandene Dokument aus. Ich sehe jetzt hier, das ist schon vorbereitet. Ich bekomme hier gleich angezeigt, es sind Übergänge eingestellt. Ich kann natürlich mir auch die Animationen anzeigen lassen, was es da alles Schönes gibt. Blenden, was auch immer. Also die Animation, die du jetzt wählst, die ist dann genau für dieses selektierte. Genau für das selektierte Bild. Und ich habe natürlich auch die Möglichkeit, die Übergänge selbst mir anzuschauen. Und was jetzt hier schön ist, hier ist glaube ich eins ausgewählt, ich kann hier mal durchgehen. Was ich haben möchte, ich bekomme dann auch direkt eine Vorschau, was passiert. Ich muss also nicht jedes Mal, wie man das früher kennt, man hat das umgestellt, dann drückt man F5, lässt sich dieses Bild anschauen, wie es reinfährt und hat hier die Möglichkeit, auch gleich noch Effektinformationen, also für das jeweilige, was ich gerade ausgewählt habe, auch direkt umzustellen. Was ich sagen wollte natürlich, wie war das mit den schönen, coolen Effekten, die wir hier alle kennen. Wir kennen ja, das kennen wir ja schon fast wie aus der eigenen Westentasche, so ein paar kleine Effekte, die man halt einfach mal gerne anschaut. Man drückt einfach hier dann auf Wiedergabe, lässt sich es anschauen und man kann natürlich sich auch die ganze Folie anschauen. Für alle ausmelden, das war natürlich Spaß. Also vorhin ist der, wenn du hier, glaube ich war das, bist, dann ist hier der Wiedergabe. Wiedergabe, genau. Finde ich auch schön, der ist der jetzt schön groß ist, man kann ihn kaum übersehen und das seht ihr jetzt nicht. Wir haben einen zweiten Monitor, genau. Man bekommt auch Informationen, man kann, wie man das auch bei Pages, bei Keynote kennt, man kann natürlich hier auch Informationen eintragen, also für die verschiedenen Folien. Ich zeige euch das mal kurz, wie das bei uns aussieht. So sieht das bei uns aus. Das ist ja großartig, das war ein Klick. Ich bin ja ganz begeistert. Wahnsinn, ne? Jetzt sehe ich nur leider nicht mehr, wo ich hinklicken muss. Jetzt kriegen wir hin. Wo ist die Maus? Ah, die Maus ist bei mir. Auf der linken Seite wahrscheinlich. Fangen wir nach links. Nach links. Ja, da war sie gerade. Ich habe sie gerade gesehen. Ah. Siehst du sie? Ne. Ein Fernglas wäre gut. Also das hat ja gut geklappt. Ich drücke mal einfach Escape, komme ich zurück zu meinem eigentlichen Bild. Probier es nochmal. Jetzt hoffen wir, dass die Einstellung so. Darf ich? Ich versuche das mal. So, müssen wir da nur finden, wo wir da hin müssen. Oh ja, rauf, rauf, rauf. Oh ja, gut, gut. Perfekt. So, jetzt können wir hier einfach weitergehen, wie man das kennt, mit dem Pfeiltasten oder mit einem Gerät. Die sind schon ganz schön vorbereitet. Man kriegt einen Eindruck, was man mit diesem Produkt machen kann. Was hier ziemlich cool ist, wir sehen, es bleibt ein Teil, ein fixer Teil immer stehen. Das ist halt jetzt hier so definiert. Und der Rest bewegt sich. Also man sieht schon, man kann schon bessere Sachen machen. Und wer jetzt nicht so der visuelle Crack ist, der nimmt sich doch einfach so eine Präsentation und passt sie sich an, anstatt sie von Grund auf neu zu machen. Und da hat man dann doch oft eher ein AHA-Erlebnis in der Zuschauerschaft, als man das vielleicht hat, wenn man sich da mit Comic Sans selbst was zusammen klöppelt. Das ist wohl wahr. Ja, was bleibt uns noch zu sagen zu diesem? Es gibt natürlich hier auch den schönen Knopf, den du schon angesprochen hast. Hier, man kann die Objekte nur anordnen, wie ihr das seht. Ich habe hier, also ich finde, das ist einfach eins der Sachen, die wahnsinnig Spaß machen. Also da wieder Konsistenz. Wir haben hier wieder Ribbons und wir haben so Key-Funktionen, die halt da Sinn machen. Haben wir hier mit drin. Finde ich wirklich tatsächlich gut und ich glaube, das ist die erste Office Suite seit 2004, die ich von Microsoft wieder benutzen werde. Ich habe bisher immer nur Keynote benutzt, aber wir haben uns auch schon wieder gesehen, wie schnell das Powerpoint da war. Das ist eines der Dinge, die mich immer wahnsinnig genervt haben. Ich konnte inzwischen aus dem Gedächtnis den Splash-Screen von Office 2004 und 2008 zeichnen, weil er immer so lange auf mich gewartet hat. Das stimmt natürlich. Ich habe mal hier noch so ein kleines Bild hinzugefügt. Ich ziehe es jetzt einfach mal rein. Also wie wir das kennen, das geht natürlich mittlerweile auch. Ich kann sie aus jeder Lage, kann ich Bilder hinzufügen. Wenn ich natürlich jetzt auch noch das Bild dann auswähle. Ich und die von Apple sind die Einzigen, die mit so einer Magic-Mouse nicht umgehen können. Das ist richtig. Wie ihr seht, das ist auch wieder so, ich bin als Mac-User es gewöhnt, wenn ich am Bild was verändern will, dann drücke ich es doppelt an, kommen sofort die Einstellungen und habe jetzt hier auch zum ersten Mal in diesem Office die Möglichkeit, die verschiedenen Sachen freizustellen. Er macht mir das eigentlich relativ gut. Out of the Box und wenn ich jetzt drück klicke, ich habe hier noch so ein paar kleine Kanten, aber mal darüber hinweg gesehen, habe ich dann noch hier die Möglichkeit, die Filter mir anzeigen zu lassen, bekomme sofort eine Vorschau, damit ich eine Ahnung habe, was mache ich denn hier eigentlich einfärben, was passt denn hier gut. Oh ja, das passt ja hervorragend auf die Pinzette von der Farbe her. Und natürlich auch hier ist wieder der Punkt, es werden hier keine Farben eingezeigt, die überhaupt keinen Sinn machen, sondern es ist auch wieder das Farbschema ausgewählt. Ja, soviel zu Powerpoint 2011. Jetzt wird es sehr lange dauern. Wir zeigen euch jetzt in einem Dreiviertelstunden Vortrag Excel. Ja, richtig. Pivot Tabellen und Co. Pivot Tabellen und so heißt es natürlich. Pivot Tabellen und so. Das ist unser neuer Podcast. Den Splash Screen und dann haben wir hier die kleine Information. Ich kann jetzt hier Excel noch näher kennenlernen, da werde ich eigentlich auf eine Webseite verbunden, aber da dieses Produkt erst ab dem 26. offiziell zu haben ist, gibt es diese Webseite noch nicht. Also alle, die heute ihr Excel runterladen und den Knopf drücken, wundern sich bitte nicht. Es geht einfach noch nicht. Es sei denn, heute ist schon der 26. Oktober. Richtig, aber das liegt dann aber an euch. Diesen Knopf gibt es natürlich nicht, aber bei Excel gibt es bei allen. Also es gibt so allen. Also ich nehme zumindest an, dass dann da irgendwie so Tutorials oder Beispiele dabei sein werden. Ich habe jetzt hier, wie ihr das auch, genau das gleiche wie früher auch. Ich habe hier meine Online-Vorlagen. Ich habe meine normalen Vorlagen. Ich kann eine auswählen. Ich habe hier natürlich auch die Möglichkeit, eine von x Online-Vorlagen mir auszuhören. Es sind noch keine verfügbar hier, aber hier zum Beispiel. Und das Schöne ist, wenn ich viel damit arbeite, sehe ich genau, welche Dateien habe ich zuletzt bearbeitet. Ich habe hier diese zuletzt verwendete Arbeitsmappe. Ich sehe schon, du bist ein großer Excel-Fan. Ja, ich bin das richtig oft. Aber das ist ja auch unser Digital-Upgrade-User. Das gilt natürlich jetzt nicht. Ich starte jetzt hier einfach mal wieder ein Projekt. Das lädt jetzt hier die Daten runter, wie ihr seht. Zack, trägt es mir ein. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, direkt Änderungen vorzunehmen. Muss mich wieder gesagt, hier um nichts kümmern eigentlich. Und ich könnte jetzt natürlich noch unendliche Geschichten zu diesem Produkt erzählen. Aber ich möchte mich eigentlich auf eins beschränken, dass die meisten Leute davon abgehalten hat, sich ein Office zu kaufen, viel mit Excel zu arbeiten und zu Mac zu wechseln. Nämlich, es gibt endlich und das erstmalig auf dem Mac Macros. Juhu! Das heißt, ich kann Macros einstellen. Das sind sozusagen Shortcuts für besondere Abläufe, die immer nach und nach durch die Charts gehen. Das ging bisher nicht. Jetzt geht es. Also viel Spaß damit. Ich habe hier noch, glaube ich, so ein kleines, aber feines natürlich Excel-Dokument mal vorbereitet. Mit meinen Rudimentärkenntnissen habe ich es dann doch noch geschafft, mal so eine 18-Punkte-Tabelle zu berechnen. Nicht schlecht. Und wie seht, habe ich hier dann gleich die Ausgabe. Ich kann natürlich das Diagramm-Layout noch bearbeiten. Können wir da kurz bitte noch etwas zeigen? Also hier ist ein ganz tolles Beispiel für die Ribbons gerade wieder gewesen. Ribbons heißt übrigens sowas wie Gummibänder und ihr seht gleich, warum. Sobald ich jetzt etwas anzeige, wie dieses Diagramm ist. Ich brauche im Leben keinen Menüpunkt für Diagramme, es sei denn, ich habe ein Diagramm angeklickt. Ich klicke also dieses Diagramm an und jetzt achtet gleich mal hier oben auf diese Ribbon-Leiste. Ich drücke drauf und dann zieht sich ja dieses Gummiding raus und ich sehe alles, was ich zum Thema Diagramme und Formatierung von Diagrammen brauche. Und das sehe ich wirklich nur, wenn ich ein Diagramm sehe. Also von daher diese Ribbon-Leiste. Ich finde jedes scheiß Programm sollte Ribbons haben. Also wieder, also als Apple-Fanboy umso wem mir das tut, aber da hat Microsoft mal wieder was gebracht, was wirklich innovativ ist, was wirklich UI-technisch auch Sinn macht. Ob es schön ist oder nicht, das sei dahingestellt, aber funktionell ist das wahnsinnig gut und es spart einem unglaublich viel Platz. So, vielen Dank und du kriegst die Maus wieder zurück. Dankeschön, ja. Das war es auch schon. Also wie gesagt, wir wollen uns da nicht zu sehr auf Excel versteifen. Das liegt unter anderem daran, dass wir da einfach nicht ausreichend Kenntnis haben, um euch jetzt hier großartig zu zeigen, was man alles kann. Aber soweit ich weiß, kann man mittlerweile mit dem Excel auf dem Mac so gut wie alles machen, wie beim Excel auf Windows. Ich nehme es nur an, dass solche Sachen wie Visual Basic-Kram da nicht funktionieren wird, aber naja, Visual Basic ist halt, wobei ich mir da auch nicht mehr sicher bin. Also nehme ich zumindest stark an, weil es ja doch so eine Windows-Skript-Sprache ist. Ja. Und da sagen wir halt fein raus, gell? So, dann machen wir das hier mal wieder zu. Schön, dann haben wir es auch angeschaut. Sollen wir mal ein bisschen, bevor wir zum letzten Produkt kommen, mal ein bisschen über, wo kaufe ich mein Office und warum kaufe ich das und wie viel kaufe ich das? Das sollten wir natürlich machen. Es bietet sich momentan an für alle, die sich überlegen, Mensch, ich bin ja Student, Schüler oder Lehrer, mir eine Education Edition von Office 2011 zu besorgen. Das Problem oder beziehungsweise der große Vorteil, wenn man das jetzt macht, ist, dass man sich eine Studenten-Edition kauft, aber tatsächlich die Home-Business bekommt. Das Schöne ist ja, achso ja, das war jetzt aber die Student 2011. Genau. Damit sind wir schon durch? Mit dem 2011? Ja. So, wenn ihr jetzt kein Student seid oder so, oder einfach nur Home-User seid oder so, dann kauft euch jetzt kein Office 2011, sondern kauft euch ein Office 2008 von Mac. Wenn ihr jetzt denkt, sind sie jetzt total bekloppt geworden. Das ist eigentlich das Märchen, was ich erzählen wollte. Achja. Aber du erzählst die Geschichte einfach anders. Ist egal. Ich erzähl die Geschichte einfach anders. So. Wie wolltest du sie denn erzählen? Ne, das ist egal. Ignoriert einfach, was ich gesagt habe. Hört den Bass zu sein. Kauft euch also jetzt kein Office 2011, auch wenn ihr Student seid, sondern kauft euch ein Office 2008. Und zwar die ganz normale Home and Student Version zum Beispiel. Die kostet glaube ich 89, ist das richtig? Irgendwas so. 89 Euro ist so grob der Preis, den ihr bei Amazon, das war auch der billigste Händler, den ich zumindest gefunden habe. Ich habe es mir dann gekauft. Das ist der Preis, den ihr dafür bezahlt. Das Tolle an der Sache ist, ihr bekommt, wenn ihr das bis zum 30. Oktober kauft. November. November, richtig, danke. Wenn ihr das bis zum 30. November kauft, bekommt ihr dann kostenlos das Upgrade zu Office 2011 Home and Student, und zwar eine 3-Platz-Lizenzen, also eine Family-Lizenz. Das bedeutet für euch, ihr habt nicht nur 3 Lizenzen für Office 2011, sondern ihr habt auch noch 3 Lizenzen für Office 2008, weil die Office 2008er Version hat auch nochmal 3 Lizenzen. Das heißt, ihr habt insgesamt 6 Office-Lizenzen, wenn ihr jetzt mehr als 3 Rechner habt, in der Familie oder im selben Haushalt, dann könnt ihr bis zu 6 Rechner mit Office ausstatten. Exakt. Und Office muss auch aktiviert werden, das heißt, wenn ich es auf 3 Rechner installiert habe, dann kann ich es auf keinen 4. mehr installieren. Das heißt, wenn ich dann irgendwie noch einen alten Rechner rumstehen habe, dann ist es überhaupt kein Problem, dort einfach noch eine von 3 alten Lizenzen zu installieren. Exakt. Und jetzt sagt ihr euch, das ist immer so ein Act, da muss ich so lange warten, und wie funktioniert denn das und dann muss ich irgendwas ausdrucken und dann muss ich es ausschneiden und danach muss ich das auf der Rückseite ablecken und dann muss ich es irgendwie vorne drauf kleben. Weißt du, da hast du schon mal... Ach so Briefmarken. Und was weiß ich, nein, das ist alles viel einfacher. Ihr braucht nur eine Rechnung, die müsst ihr irgendwie digitalisieren, entweder fotografieren oder einscannen oder in MTM. Ich habe einfach ein iPhone-Foto gemacht. Ja, ist völlig egal was. Und es gibt tatsächlich eine Upgrade-Seite, die ist auch von Microsoft, wird die betrieben. Man bekommt alle Informationen dort, man trägt sie ein und man wird informiert, sobald es zum Download bereitsteht. Ein Tipp von mir, so ein Pro-Tipp, einfach mal die E-Mail-Adresse vorher vorm Abschicken überprüfen, ob die auch richtig ist. Weil wenn man da einfach seinen Domain-Namen falsch schreibt, dann wundert man sich wochenlang, warum man denn keine E-Mails von denen bekommt, ob sie einen vergessen haben. Nein, man hat einfach eine falsche E-Mail-Adresse eingetragen. Ja, das Ganze gilt bis zum 30. November und wenn ihr sagt, ja, wir möchten euch ein bisschen was Gutes tun, dann geht doch auf unsere Webseite, wir haben für euch einen Affiliate-Link hingestellt. Da müsst ihr nicht viel machen, den nur anklicken und dann bei Amazon schön shoppen. Genau, bit.ly, du, Office einfach eingeben und dann kommt ihr da bei Amazon raus. Also ihr könnt auch gerne nochmal gucken, zum Stand gestern war das noch der billigste Internet-Shop hier in Deutschland. Wenn ihr es irgendwo billiger bekommt, dann geht natürlich dahin und überweist uns einfach 10 Euro. Eh, klar, natürlich. So, jetzt wollen wir mal noch zu was ganz anderem kommen, bevor wir uns dem letzten rein Office-technischen Spektakel, also Outlook anschauen, möchte ich euch noch eine Kleinigkeit sagen, die sich jetzt besser wie zuvor integriert und das Ganze nennt sich Datensharing über die SkyDrive. Ihr kennt es ja, ihr habt mit Sicherheit irgendein Dokument erstellt, wie was für sich. Ich habe hier eine Seminararbeit mal geschrieben im Arbeitsrecht. Ist mit Sicherheit hochspannend, aber ich möchte euch jetzt nicht vorlesen, sondern ich möchte euch nur erklären, was es damit auf sich hat. Die sind im alten Office geschrieben worden und kann sich aber natürlich auch hier öffnen lassen eines Tages. Das wissen wir ja, wie es ist. Hier ist sie auch schon. Er lädt die Daten jetzt herunter aus dem Internet. Kurz, um nochmal den Bogen zu bekommen, SkyDrive-Kurs erklären. Ja, erkläre ich gleich noch. Alles klar. Also grundsätzlich zu wissen, ihr könnt hier Dokumente erstellen, so viele wie ihr wollt, und mit Glück euch auch anzeigen lassen. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, ich nehme mal irgendwie eins. Was haben wir denn hier? Das ist glaube ich der richtige Ordner. Ich habe so viele vorhin beim Testen eingestellt. Bingo, da haben wir sie doch schon. Habe ich hier den Schriftsatz. Also mit vielen Screenshots kriegt ihr die Seminararbeit zusammen, dann könnt ihr sie einfach selbst abgeben. Ja, exakt. Ist auch wahnsinnig spannend. Geht um die Kündbarkeit des tariflichen Unkündbaren. Also viel Spaß. Kleiner Tipp an alle Soziologie-Studenten, es bringt euch nichts, wenn ihr die Seminararbeit abgibt. Ihr habt dann zwar noch weniger Arbeit, aber naja, und Professor versteht es wahrscheinlich nicht mal. Ihr klickt einfach hier auf Datei, und was ihr jetzt machen müsst, ihr könnt hier auf Freigeben, und dann könnt ihr sie auf eurer SkyDrive speichern. Und wenn jetzt jeder denkt, Mensch, SkyDrive, ich habe ja gar keine, ich habe eine Hard Drive, oder ich habe eine Smart Drive, oder was weiß ich. Ja, was ist die SkyDrive? Die SkyDrive ist ein Dienst von Windows, bzw. von Microsoft. Wir haben euch mal Windows Live Mesh vorgestellt, und SkyDrive ist so ein bisschen ein Ableger davon, und so ein Teilnachfolger davon, was ziemlich abgefahren ist. Wenn ihr auf live.com geht, könnt ihr euch kostenlos einen Account einrichten, und mit diesem Account könnt ihr auf euer Hotmail-Konto zugreifen, auf den Messenger, und eben auch auf die SkyDrive. Und die SkyDrive verwaltet alle eure Dokumente. Ihr habt hier die Möglichkeit, unter Office findet ihr ihre Dokumente, und... Hat man da nicht sogar 25 GB Platz? Oh, da fragst du mich Sachen... Also, es sind entweder 5 oder 25, das sind auf jeden Fall die ganze Menge für Office-Dokumente. Ich habe jetzt hier meine eigenen Dokumente, und finde natürlich hier drinnen auch meine Schriftsätze, die ich bereits hochgeladen habe. Ich habe natürlich jetzt hier die Möglichkeit, sie direkt hier im Browser zu bearbeiten, weil manchmal habe ich ja meinen Rechner nicht dabei. Und diese Informationen, die ich hier nachträglich einfüge, werden natürlich dann auch mit meiner lokalen Datei, oder beziehungsweise mit der Datei, die ich dann beim nächsten Mal abrufe, synchronisiert. Das Ganze kann ich, muss ich nicht immer über das Web-Interface machen, ich kann mich auch manuell auf meiner SkyDrive einloggen. Dafür gibt es hier die sogenannte Microsoft-Document-Connection. Wenn ich das starte, kann ich hier mir meine SkyDrive-Informationen hinzufügen, kann dann hier auf die Dokumente zugreifen, kann sie dann auswählen und kann sagen, ich möchte es nur lesen. Oder ich möchte es natürlich danach auch bearbeiten, was nichts anderes zur Folge hat, als dass es mir dann die Datei anzeigt. Das heißt aber, wenn ich sie jetzt von dort heraus starte, sie bearbeite und speichere, dann wird auch der SkyDrive wieder aktualisiert. Exakt. Genau, und so kann ich natürlich auch, der Sinn der Sache ist natürlich wieder eine Cloud zu haben im Endeffekt, wo ganz viele Leute auf ein Dokument zugreifen können. Und wie man das kennt, wenn verschiedene Leute daran arbeiten, dann kann man die Änderungen sich auch in Kommentaren anzeigen lassen. Also eine einfache Möglichkeit und sozusagen quasi out of the box, ohne auf irgendeinen anderen Dienst zugreifen zu müssen. Heißt natürlich zusätzlich für euch, dass wenn ihr eure Sachen in der SkyDrive speichert, sind sie im Fall, dass euer Rechner abbrennt, geklaut wird oder irgendwas, sind sie noch da. Also ihr habt dann wieder die Möglichkeit mit einem zweiten Rechner auf die SkyDrive zuzugreifen und habt alle Dokumente noch. Und wenn ihr sie immer dort bearbeitet, habt ihr zusätzlich halt noch den Vorteil, dass dort auch immer die aktuellsten Daten liegen. Exakt. Der eine oder andere will vielleicht keine sensiblen Daten da hinlegen, aber das muss jeder selbst wissen. Mit diesem Interface spart ihr euch auf gut Deutsch den Weg über das Web-Interface. Ihr könnt jetzt hier auch ganz normale Daten hochladen, was auch immer ihr möchtet. Zum Beispiel, was auch immer schön ist, habe ich zuletzt wieder mal gefunden, die daige Installation und Konfigurationsinformationen von Apple. Nicht schlecht. Ja, so viel zur SkyDrive, also auf live.com, einen kostenlosen Account sich herunterladen. Und soweit ich weiß, ist es sogar auch IMAP, also ihr könnt es theoretisch auch mit Outlook verwenden. Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber würde Sinn machen. Was uns zum letzten bringt, meinem neuen besten Freund im E-Mail-Gewerbe, nämlich Outlook. Also wie schon gesagt, das heißt nicht mehr Entourage, sondern Outlook. Und wir sehen wieder mal Ribbon-Interface, macht Sinn. Ja, wir haben natürlich jetzt deutlich weniger Auswahlmöglichkeiten, was allerdings sehr schön ist. Finde ich ja schade, dass man jetzt nicht die E-Mails so im 3D-Space ordnen kann. Schade, das wäre natürlich auch schön. Vielleicht in der nächsten Version. Es gibt, ich fange mal an mit den E-Mails. Es ist normalerweise so, man hat als Apple-User seine ganzen E-Mails und seine ganzen Accounts in Apple-Mail. Und da sind sie dann normalerweise gefangen und kommen nie raus. Es sei denn, man hat ein iPhone und synchronisiert sie damit. Es gibt aber die Möglichkeit, einfach das komplette Konto zu importieren. Das hat einwandfrei funktioniert. Das waren alle E-Mails da. Es sind alle Accounts, sind bei mir acht Accounts, sind alle mitportiert worden. Es hat ein bisschen gedauert. Wir wollten eigentlich die Sendung schon letzte Woche aufnehmen. Er hat aber noch importiert. Hat also sechs bis acht Tage gedauert. Gar kein Problem. Ja, ein bisschen Zeit muss man sich halt lassen. Es ist aber immerhin nicht abgestürzt und es funktioniert noch. Es kann alles das, was man sich von einem E-Mail-Programm wünscht und noch viel mehr, nämlich eine Drei-Spalten-Ansicht. Danke, danke. Wir wissen alle, wenn wir das iPad quer nehmen, dann haben wir da die E-Mails und hier die Information und nicht die E-Mails oben und da unten. Ja, wir wissen ja. Ich kann es euch aber trotzdem mal zeigen. Man klickt nämlich hier auf Organisieren. Wenn man sagt, man möchte es gerne anders haben, dann kann man sich hier den Lesebereich anders anzeigen lassen. Zum Beispiel unterhalb für alle, die sagen, es gibt nichts Schöneres, als unterhalb meine E-Mails anzuschauen. Und dann kann ich mir auch gleich eine, zwei, drei E-Mails anzeigen lassen. Ich gehe wieder auf rechts. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, wenn es um das Organisieren geht, sind viele Sachen, die halt einfach Sinn machen. Ich habe hier ganz viele E-Mails von einer oder derselben Person und man kennt es aus Apple Mail. Man kann sie in Gruppen zusammenfassen lassen. Das geht hier natürlich auch. Ich muss hier nur Unterhaltungen klicken und wenn ich jetzt die Hauptanschrift, also die letzte E-Mail anklicke, bekomme ich hier meine ganze Information gezeigt. Sollte jetzt hier eine E-Mail in einem anderen Ordner liegen, wird die auch mit aufgeführt. Weil manchmal habe ich an manchen Sachen schon abgearbeitet aus einer früheren E-Mail und sie wird aber hier mit angezeigt. Hier natürlich nicht, weil hier bin ich nur im Posteingang. Kann mir das natürlich jetzt auch hier größer machen lassen. Und was mir sehr gut gefällt, ich sehe immer, wann kam die letzte E-Mail. Also ich muss mir jetzt nicht immer auf die Zeit schauen, wie ich das bei Apple Mail muss schauen, welcher Tag war es. Ich habe hier einfach für die letzte Woche oder es ist noch älter, bekomme ich alles direkt angezeigt. Ich habe nach wie vor auch die Möglichkeit hier, wenn ich, ich habe jetzt hier ganz viele gelöschte Nachrichten, die ich vielleicht irgendwann mal auch gelesen habe schon. Er ruft sie jetzt natürlich neu ab. Ich habe sie natürlich schon mal gelesen und deswegen das Wunder iMap funktioniert auch hier ganz großartig. Was gibt es noch zu sagen? Was braucht man noch? Was ganz wichtig ist natürlich, man möchte natürlich auch, wenn man schon mit Apple Mail gearbeitet hat, hat man ja auch sehr, sehr viele Kontakte mit Sicherheit angelegt und man möchte auf diese E-Mails zugreifen. Es war immer so ein bisschen ein großes Problem, von einem Microsoft-Produkt auf ein Apple-Produkt zugreifen zu können. Das Problem ist noch nicht 100% ausgemärzt, aber das Problem ist zumindest, was die Adressen angeht, behoben worden. Wir haben hier, wir sehen hier die Kontakte. Ich habe jetzt hier so ein paar Kontakte drinnen. Und diese Kontakte habe ich ganz normal importiert aus meinem Apple-Adressbuch. Ich habe hier die Möglichkeit... Braucht aber jetzt nicht versuchen, die Nummern anzurufen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Da kommt ihr bei irgendwelchen Deppen raus. Korrekt. Ja, das... Und die zwei Deppen sind nicht wir. Ihr habt natürlich jetzt hier die Möglichkeit, einfach Sachen zu ändern. Wie gesagt, ich habe jetzt hier... Eine Sache wundert mich bei dir ein bisschen, dass bei dir in Münchnerstraße steht und nicht Sperrbezirk. Ja, oh ja. Das kann ich natürlich schon ändern. Das habe ich wahrscheinlich im Eifer des Gefechts vorhin... So, wenn ihr das verstanden habt, seid ihr über 25. Danke. Kann ich das hier ändern? Und es gibt einen Dienst, der im Hintergrund läuft, den man einmal aktivieren muss, der dann anfängt, diese Daten zu ändern. Wie ihr seht, hat direkt in meinem Apple-Adressbuch geändert, damit auch auf meinem iPhone und damit natürlich auch in meiner Mobile-Me-Datenbank. Das Einzige, was ich persönlich ein bisschen komisch finde, ist, dass da synchronisiert wird, weil wir wissen ja, irgendwas geht beim Synchronisieren immer schief. Verstehe ich nicht ganz... Vielleicht der einzige Grund, den ich mir jetzt vorstellen kann, ist, es ist ein Outlook, das kann natürlich mit einem Exchange-Server reden. Und wenn ich mit einem Exchange-Server rede, liegt da normalerweise das Adressbuch auf dem Server und deswegen kann es sein, dass das als Synchronisation hintendran geklemmt wurde. Das ist natürlich möglich. Ich habe ja auch hier die Möglichkeit, natürlich so kleine Add-Ons für die verschiedenen Sachen zu installieren, wie hier die Landkarte, die ich mir dann anzeigen lassen kann. Mach den Firefox nochmal zu, weil er ist das erste Start, neuer User und so. Close the tabs. Und dann machst du nochmal Landkarte. Das wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen schwieriger werden. Genau, dann macht er jetzt Big Maps auf. Und zack, er zeigt mir dann... Wer wohnt denn da in Hamburg? Oh, das ist wahrscheinlich auch das Sperrbezirk, aber ja, das ist natürlich weitens ein bisschen schwierig. Sperrbarwinkel. Und dann kann ich mir natürlich von der Person, wenn ich irgendwas bekommen habe, kann ich mir direkt anzeigen lassen, wo diese Person dann auch schön wohnt. Es ist ganz nett, man muss es nicht haben, aber wie oft habe ich mir das gedacht, oh, ich möchte von A nach B fahren. Wie komme ich denn da hin, ohne extra einen Browser aufmachen zu müssen und die Daten man nicht einzugeben, geht hier auch ruckzuck. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, nach wie vor, ist, wenn man hier verschiedene Gruppen angelegt im Adressbuch, legt er sie alle einem auch mit an. Und es gibt hier schon x verschiedene Gruppen nativ, die kann man natürlich alle löschen. Ein bisschen merkwürdig ist, dass auch diese Gruppennamen dann tatsächlich hier auch als Kalender auftauchen, was für mich allerdings momentan noch keinen Sinn macht. Vielleicht steige ich noch irgendwann durch, aber solange ich keinen Exchange Server bekomme, ist der Kalender für mich im Outlook sowieso nicht zu verwenden. Es gibt nämlich keine Möglichkeit, die Daten, also derzeit gibt es keine Möglichkeit, die Daten, die ich auf meinem Mac in meinem iCal drinnen habe, hier im Outlook mir anzeigen zu lassen. Kommt uns jetzt bitte nicht damit, Google kann ja Exchange Server, jein, Google kann Exchange Server und zwar mit mobilen Endgeräten aus irgendeinem Grund, aber nicht mit Outlook. Das ist halt ein abgespackter Exchange Server und deswegen geht es aus irgendwelchen Gründen nicht mit Outlook und ja, dumm gelaufen. Bingo. Das ist leider, ist halt so, vielleicht gibt es da mal eine Lösung, momentan leider nicht, aber für alle diejenigen, die sagen, ja, mir gefällt aber dafür das E-Mail sehr gut und den Rest, den benutze ich eh nicht, habe ich hier die Möglichkeit, das einfach hier runter zu ziehen und es verschwinden die Icons dann hier in der Leiste, gehen mir also nie im Weg um, wie ihr gesehen habt. Obwohl hier noch mehrere Sachen drinnen sind, ja, in diesem Mail, ist es wahnsinnig schnell, es ist, also steht dem Apple Mail in nichts nach. Darf ich mal schnell was nachgucken? Ja bitte. Weil es gibt eine Sache, die mich so ein bisschen stört, ist, dass das hier alles so riesig ist. Kann man das irgendwie kleiner machen? Ist es hier ein rechter Mausklick oder muss man da so... Ne, das ist ein rechter Mausklick. Also man kann das, vielleicht kriegt man es irgendwie kleiner. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen stört, dass diese Ribbons so riesig sind. Du kannst sie zumachen. Ja gut, aber deswegen sind es, ich hätte gerne halb so große Icons. Okay. Ich habe ja gute Augen. Ja gut. Das ist ja Retina und so. Retina Augen, das ist natürlich was anderes. Ja, ich habe noch, ich möchte noch zwei, drei Sachen kurz sagen, dann kannst du noch weiter lässt. Also ich finde es ja grundsätzlich echt toll und ich habe tatsächlich kaum Ahnung davon, deswegen muss ich jetzt hier live in der Sendung so ein paar Sachen ausprobieren. Man hat hier die Möglichkeit nach wie vor auch, ich lasse mir die Unterhaltung wieder anzeigen, ich kann hier, wenn ich jetzt sage, oh, das ist eine E-Mail, ich gehe mal wieder in den Posteingang zurück, hier die Test-E-Mail von Basti. Ich möchte gerne kategorisieren, was weiß ich, das ist hier, oh, das ist Netzwerk, kann ich hier taggen sozusagen. Und ich sage, ich möchte diese E-Mail auch nachverfolgen. Ich habe hier die Möglichkeit, sie mir direkt nachverfolgen anzulegen. Ich kann nicht nur es mir merken als Fähnchen, sondern ich habe hier verschiedene Sachen einzugeben. Das Schöne ist, dass ich einfach diese Woche, es wird mir hier in der E-Mail gleich direkt angezeigt, wenn ich sie auswähle. Dann kann das Apple-Mail, wenn ihr wisst, ob das Apple-Mail kann oder ob es irgendein Plugin gibt, mit dem das ganz, ganz einfach funktioniert, dann sagt mir doch bitte Bescheid. Ich nehme mal an, wir machen die Sendung fertig und der Peter Krammel sagt mir dann, es geht übrigens so. Genau, ich habe dann hier die Möglichkeit, das auszuwählen und jetzt habe ich natürlich hier unten, habe ich hier diese Charts sozusagen und dann sehe ich natürlich hier auch die ganzen Informationen, die ich hier mit reingelegt habe. Ihr wollt doch nicht versuchen, den Promocode abzuschreiben, den haben wir schon eingelöst. Ja, das auch. Und kann mir das anzeigen lassen, habe jetzt hier die Möglichkeit, dass mir die ganzen E-Mails, die ich hier mit Datum anzeigen, sehe gleich, wenn ich es anklick, bekomme ich hier direkt die E-Mail, muss dann nicht wie, habe nicht nur die Informationen, sondern ich bin direkt in der E-Mail drinnen. Soll ich jetzt hier wahnsinnig viele E-Mails drin habe, wie ich bin Manager und ich bekomme jeden Tag tausend E-Mails und lasse sie mir durch Regeln automatisch taggen. Automatisch löschen. Automatisch löschen, richtig. Als echter Manager mache ich das so, weil warum? Wenn ich nicht arbeiten will, arbeite ich nicht. Kann ich natürlich neue Regeln anlegen, wie bei jedem anderen Produkt auch und kann die Regeln automatisch ausführen lassen, dann werden sie direkt kategorisiert und ich habe die Möglichkeit, hier sage ich möchte jetzt unbedingt nur E-Mails aus meinem Netzwerk, weil ich muss die jetzt unbedingt bearbeiten, dann kann ich hier im Filter mir ruckzuck die ganzen Sachen anzeigen lassen, zum Beispiel hier wähle ich Kategorie und nehme dann hier Netzwerk. Jetzt wird mir alles ausgeblendet und bekomme nur die E-Mails, die jetzt wirklich wichtig sind. Das heißt, ich kann mir per Regeln automatisiert E-Mails in Kategorien schieben lassen und dann sagen, ich möchte jetzt wirklich nur alles, das von meinen Kollegen kommt und nicht von draußen. Exakt. Und das dann mit Priorität, das ist natürlich verdammt eine cool Idee. Exakt, also es gibt so ein paar Sachen, die wirklich einfach, die gefallen mir richtig gut. Also man muss sagen, Microsoft hat, was E-Mail-Programme angeht, einfach verdammt viel Erfahrung, weil Outlook machen sie schon verdammt lang, sie machen ihren Exchange Server verdammt lang, da haben sie Apple definitiv was voraus. Es ist halt einfach ein sehr viel größeres, in Anführungszeichen ohne negativ zu meinen, Monster als das Apple-Mail ist. Es kann mehr, es verlangt aber auch mehr von einem, finde ich persönlich. Ja, mit Sicherheit hast du da recht. Was sie jetzt hier auch integriert haben, ich habe jetzt noch keine Kalenderdaten angelegt. Ich lege jetzt einfach mal hier nur testweise kurz in den Feiertag, macht natürlich keinen Sinn. Persönlich lege ich jetzt einfach hier mal schnell einen Termin an. Wie viel haben wir es denn jetzt? Schon spät, da ist auch der Pfeil. Ich möchte jetzt hier einen Termin, ich gebe jetzt einfach hier DU-Dreh. Ihr wisst ja, dass wenn es um einen Kalender geht, dauert es bei mir immer länger. 7.30 Uhr. Das dauert 1,5 Stunden. Es ist schon als persönlich getaggt. Ich kann jetzt speichern und schließen. 1,5 Stunden noch zu drehen. Ich bekomme direkt die Information, wie ich es eingestellt habe, dass ich in den nächsten Erinnerungen, also die Erinnerungen kann sich neu ändern. Und ich habe jetzt hier, was auch sehr schön ist, es gibt dieses neue Kleine, das heißt My Day. Wenn ich das wirklich benutze, dann habe ich hier die Möglichkeit so eine kleine Ansicht zu bekommen. So was ist bei Entourage auch so nur potthäßlich. Genau. Und jetzt sieht es aus, ich weiß nicht, ich habe das auch schon mal vorgeführt, dieses Today und dieser My Day. Ein bisschen so namentlich ähneln sie sich ja. Haben da auch sehr viel zu tun. Und wenn ich jetzt hier diese E-Mail anklicke, doppelt öffnet er mir direkt die E-Mail. Und ich kann sie direkt bearbeiten und kann es im Hintergrund laufen lassen. Es ist hier auch so ein schönes kleines, ich weiß auch das Icon ist auch wirklich schön geworden. Das Icon ist natürlich schön geworden, ja. Und ähm, ja. Und wenn wir jetzt das Outlook schon zu haben, zeigen wir euch noch eine Sache. Ich habe jetzt hier eine E-Mail vorbereitet, die schicke ich jetzt mal ab. Und jetzt sehen wir gleich was ganz Tolles. Da müssen wir jetzt nur weggehen. Peter, ausblenden, ausblenden. Oh Gott. So. Und jetzt? Nein, du solltest uns ausblenden. Gut, das probieren wir einfach nochmal. So, kam die E-Mail schon an oder nicht? Es hat doch zumindest gebingt. Es kam aber keine Meldung hoch. Warum kam keine Meldung hoch? Das probieren wir einfach nochmal. So, dann probieren wir das jetzt einfach nochmal. So, dann gehen wir wieder raus. Also Peter, ganz wichtig, uns ausblenden. Danke. Gut, das war jetzt vielleicht nicht ganz, nicht ganz verständlich für jemanden, der nicht genau weiß, was jetzt gleich passiert. Ich serbe eigentlich hier jetzt in Wirklichkeit auf der Digital-Upgrade-Seite, die Weltbeste. So, wir danken uns an dieser Stelle nochmal an den Peter, der hier die Knöpfchen hinter den Kulissen drückt, zu finden bei Twitter, at Petez, zu finden unter macpetez.net. Und wenn ihr ihn hören wollt, geht zu Touchtalk, die haben es bitter nötig. Also wirklich ein verdammt cooler Podcast, wenn es um das Thema Touch-Devices geht. Also in der Zeit, wo du da rum warst, hättest du einfach eine neue E-Mail schreiben können? Also dieser Punkt geht natürlich an dich, ich mach da mal neu und dann mache ich nochmal Tino. Und was wir euch eigentlich zeigen wollen, ist nicht den schönen neuen, es kommt neue E-Mail an, Sound und das schöne Icon, sondern wir wollen euch zeigen, dass es eine Notification auf dem Desktop gibt, wenn man eine E-Mail verschickt hat. Sobald sie eingekommen ist, haben wir die Chance. Oh, das ist ja spannend. Das ist aber eine große E-Mail, die du da verschickst. Ja, ich dachte mir, ich schichte mal ein paar Bilder von mir. Oh, aber hoffentlich können wir die zeigen. Ja, Straubser sind okay. So, ja, die E-Mail ist raus. Vielleicht kommt sie auch an. Tada. Schaut ihr an. Und dann kann sie direkt löschen. Genau. Oh, Test-E-Mail, weiß ich nicht, kann ich jetzt hier anklicken. Oh, Blödsinn, löschen. Und dann habe ich hier diese Meldung nur einmal, möchte ich nie mehr sehen. Und ja, zack, weg ist es. Und ich habe natürlich hier die Notification verschwindet auch. Die andere habe ich nicht alles gewählt, ja. Schöne Sache. Also dafür braucht Apple Mail zum Beispiel extra Plugins. Outdoor kann das out of the box. Finde ich sehr charmant, muss ich gestehen. Ja, so viel zur neuen Office Suite. Was ihr bedenken müsst, sind zwei Sachen. Seid ihr Student und ihr kauft tatsächlich nur eine Home Student Edition. Habt ihr kein Outlook mit dabei. Outlook gibt es nur in der Home & Business Version. Aber für dieses Problem haben wir euch ja schon eine Lösung genannt. Also bis zum 30. November. Das heißt, ich kann auch die Home & Business kaufen und kriege dann auch ein Upgrade? Das weiß ich nicht. Aber wenn ihr auf Amazon mal die 2008er anguckt, dann ist dort unten so eine Informationsleiste, die euch genau sagt, ob dieses Produkt, das ihr da kauft, zum kostenlosen Upgrade, was ist denn eligible auf Deutsch? Du solltest aufhören, so viele englische Serien anzuschauen. Da die euch zum kostenlosen Upgrade berechtigt, ist das nicht toll? Und wenn dem so ist, dann könnt ihr das einfach machen und dieses Upgrade-Programm durchlaufen. Wir verlinken das auch nochmal in den Show Notes, wenn ich es nicht vergesse. Geht mal dahin, kauft es und werdet glücklich. Das checken wir jetzt gleich alles aus. Das werden wir jetzt für euch machen. Und wie ist das? Oh, meine Erinnerung, DO3, die können wir uns natürlich jetzt nicht mehr, man weiß es schon weg. Die können wir jetzt aber... Jetzt können wir sie schließen. Die brauchen wir nicht mehr. Haben wir erledigt. So ein Glück. So, in einem Satz dein Fazit? Mein Fazit zu Office 2011. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich arbeite jetzt lange Zeit auf dem Mac und habe wenig mit Microsoft-Produkten zu tun im Endeffekt. Und ich bin aber wahnsinnig zufrieden mit der Art und Weise, wie sie es geschafft haben, mir als Apple-User ein Office zurechtzuschneidern, das ich ohne große Vorkenntnis direkt benutzen kann. Es funktioniert sozusagen als Apple-User, out of the box. Und ich denke, für jeden, der aus der Microsoft-Welt kommt... Das ist ein langer Satz, gell? Ich sollte Politiker werden. Möchten Sie sich gerne zu diesem Thema äußern? Ja, also... Für jeden, der aus der Microsoft-Welt kommt, der also Windows 7 hat und mit Office vertraut ist, der kennt sich halt einfach aus, weil er genau weiß, wie es aussieht. Also, bei mir fällt es natürlich ein bisschen schwierig, weil... Mir fällt es schwer, nicht nur schwierig. Weil ich habe jetzt ja, wie gesagt, nicht sehr viel Zeit damit verbracht. Aber so im Grunde, das, was ich bisher gesehen habe, es ist wieder, wie schon vorher gesagt, ein Office-Produkt, das ich sehr gerne wieder benutzen will und werde. Ich brauche zwar Office-Produkte nicht so oft, aber das sieht jetzt nach was aus. Es hat ein bisschen mehr Power als Pages oder Keynote oder Keynote, da bin ich mir noch nicht so sicher. Also, als Pages, das es zum Beispiel hat, also zumindest, wenn wir über Word reden. Und auf jeden Fall was, mit dem ich mich jetzt anfreunden kann. Ich würde es auf jeden Fall versuchen und es sieht nicht verkehrt aus. Und mal ganz im Ernst, 89 Euro für drei Lizenzen ist auch jetzt nicht die Welt. Also, finde ich persönlich okay. Punkt. Gut. Ja. Dann war es das schon für heute. Schon ist gut. Nachdem wir heute lange, lange, lange Verzögerungen haben, endlich im Kasten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir versuchen natürlich weiter, euch zu bedienen. Vor allem, nachdem wir jetzt so wundervoll gefeatured waren im iTunes Store. Yeah. Was mich noch zu einem Punkt bringt. Genau. Wenn ihr doch schon eh im iTunes Store seid und ihr sagt, Mensch, das, was ich jetzt gesehen habe, das habe ich noch nirgends gesehen und das ist lustig, informativ und ich habe dazugelernt. Und dann tut uns auch einen Gefallen, geht in den iTunes Store bzw. geht in die Podcast-Section und ratet uns, also bewertet unseren Podcast. Wir freuen uns über jede Bewertung. Genau. Und über die wir uns nicht freuen, die besuchen wir persönlich. Und an der Stelle vielen Dank an alle, die uns bewertet haben. Das ist der Grund, warum wir überhaupt so gefeatured werden konnten oder so gefeatured wurden. Also vielen, vielen Dank an alle, die uns bewertet haben. Es ist wirklich toll, wenn man morgens, montags aufwacht, iTunes Store aufmacht und es scheint einem ganz groß das eigene Podcast-Logo an. Das ist schon, also vielen Dank an der Stelle. Also ohne Flachs. Du musst den Anfang machen. Achso, ja. Genau. Da ich es nie lernen werde, wie unsere Sendung zu Ende geht. Macht das Office Upgrade das kostenlose, weil ihr wisst ja, das war Digital Upgrade und ihr wurdet... Upgegradet. Sehr gut. Ja. Weißt du, was ich ja frech finde? Im iTunes Store, da steht dann in der, die eine Bewertung steht, da steht drin, wer schlechte Witze von dick und doof sehen will, soll sich das anschauen. Das finde ich total unfair, weil so dick bist du gar nicht. Also es gibt schon ein paar Highlights, aber wirklich auch einen Haufen... Können wir nochmal den kleinen Monitor bekommen? Damit sie sagt, ja, erzählen können sie viel, ich weiß genau. Das ist jetzt weg. Das ist halt nur beim... Oh, da ist es doch schon. Ja, aber wenn jetzt hier... Jetzt hält es durch. Jetzt muss man natürlich die Zeit ein bisschen füllen hier. Oh ja, bla bla. Ich mach mal ein bisschen schneller, das dauert nicht zu lang. Dann guck dir diesen Kommentar an. Ich hätte fast geweint. Es sind schon ein paar gute dabei, aber ein paar gute Kommentare. Warte runter, oder? Das sind die guten. Du musst die schlechten machen. Du musst noch neueste, neueste Rezensionen machen. Der ist recht aber da oben dabei. Dick und doof. Ja, ist das nicht frech? Wo? Der allererste. Frech, 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 frech. Aber scheinbar hat er uns angeguckt. Vielen Dank auch an dich, Schiodom. Oh, jetzt hab ich auf mein Mikro gehauen. Und mein Mikro hängt auch nur noch so an so einem seidenen Faden. Naja, egal. Wir blenden jetzt noch gute Kommentare ein. Oh, die da unten nicht. Wir machen uns einfach die nützlichsten, die besten zuerst. Genau, das ist klug. Na ja. Einer hat, glaube ich, so gestiegen, der schlechteste Podcast jeher. Damit muss man... Damit muss man einfach... Nützlichste ist gut. Ist egal. Immer mit da runter. Schade, der ist nicht dabei. Und beim nützlichsten ist ja auch merkwürdig. Ja, das hätte sein lassen, dass es viele Leute da hilfreich gibt. So, wer sich da wiederfindet in der Liste, der ist natürlich auch herzlich willkommen. Bei was? Ja, so halt. Herzlich willkommen im gratulanten Bereich. Stadel. Vielen Dank. So, wir müssen jetzt Schluss machen. Wir müssen jetzt noch fertig machen und die Links raussuchen. Oh ja, stimmt. Und dann, zack, kaufen und freuen. Ja, vielen Dank. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.